Kostet Geld, das ist mir wohl bekannt, dann wird investiert, dann wächst die Wirtschaft, dann steigen die Steuereinnahmen und der Staat hat wieder Einnahmen. Und wenn es alle ist, dann überlegen wir, was wir daraus gelernt haben. Das ist mein Beitrag dazu. Vielen Dank. Wenn es noch eines Beweises bedurft hat, dass wir uns mitten im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025 befinden, den habt ihr gerade gesehen. Denn Wirtschaftsminister Robert Habeck, der möchte nun einen sogenannten Deutschlandfonds aufstellen, bestehend mal wieder aus Sondervermögen. Und dieses Sondervermögen soll dazu eingesetzt werden, Wirtschaftsunternehmen hier in Deutschland dazu zu animieren, in Deutschland zu investieren. Denn 10% aller Investitionskosten soll dieser Deutschlandfonds übernehmen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist natürlich, welches Unternehmen und welcher Unternehmer investiert denn in einem toxischen Umfeld, der jetzt noch wirklich ganz bei Trost ist? Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Nachrichtenküche. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, auch wenn mich jetzt alle Habeck-Jünger, die dieses Video hier sehen, in der Luft zerreißen werden, Habeck kann es nicht. Robert Habeck kann es nicht. Punkt. Aus. Ende. Er hat es in den letzten drei Jahren nicht gekonnt und er wird es auch in den nächsten drei Jahren nicht können. Sprich, das Amt des Wirtschaftsministers adäquat auszufüllen. Und damit könnte dieses Video jetzt auch schon zu Ende sein. Aber, ich bin ja ein Freund von Argumenten und daher möchte ich diese Aussage auch mit einigen Belegen untermauern. Angefangen, wie ihr hier sehen könnt, zum Beispiel, dass die größte Schlappe, die der Wirtschaftsminister einstecken musste, gar nicht von seinen politischen Gegnern wie der AfD kam. Nein, sie kam vom Bundesverfassungsgericht. Und zwar als dies die Umwandlung des Corona-Stabilitätsfonds in den Klima- und Transformationsfonds untersagte. Ein weiterer Punkt, diese ganze Wasserstoffpleite mit der Firma Equinor. Equinor ist eine norwegische Firma und die wollte zusammen mit RWE eine Wasserstoffpipeline zwischen Norwegen und Deutschland herstellen. Und ja, das hat Equinor einseitig auch auf Eis gelegt. Mit der Begründung, dass es hier in Deutschland erstens dafür gar keine Kunden geben würde. Und zweitens, dass die regulatorischen Maßnahmen hier in Deutschland gar nicht vorhanden wären. Also, man würde da quasi in ein schwarzes Loch investieren und müsste dann am Ende gar nicht was bei rauskommt. Und wie es bei schwarzen Löchern so ist, da kommt halt am Ende nämlich gar nichts mehr raus. Oder ein weiterer Punkt, grüner Stahl. ThyssenKrupp, schon mal gehört? Ja, hier, Stahlproduzent in Deutschland. Ja, ThyssenKrupp sollte ja auch mit Hilfe eines 2 Milliarden Euro schweren Fonds auf grünen Stahl umgestellt werden. Also, grüner Stahl ist der Begriff für die Stahlproduktion mit Hilfe von Strom aus Sonne und Wind. Also, beziehungsweise auch aus Wasserkraft, je nachdem. Aber prinzipiell erstmal Sonne und Wind. Und weil wir diesen Strom noch nicht in dieser Menge speichern können, soll dieser erstmal in Wasserstoff umgewandelt, dann gespeichert und letztendlich durch die Verbrennung von Wasserstoff und das Antreiben einer Turbine wieder zurück zu Strom gemacht werden. Und dementsprechend könnte man dann einen sogenannten Lichtbogen bei der Stahlproduktion damit betreiben. Ja, und auch da hat ThyssenKrupp mir nichts, dir nichts einfach gesagt. Trotzdem vielen Dank für die 2 Milliarden Euro, die ihr uns hier anbietet, aber das wird alles nichts. Das Verfahren ist viel zu ineffizient, viel zu kostenintensiv und übrigens überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Und das waren jetzt nur 3 von vielen Beispielen der letzten 3 Jahre, bei denen Wirtschaftsminister Robert Habeck versagt hat. Und man muss es einfach so sagen, er hat im Bereich der Wirtschaft, hat Robert Habeck komplett versagt. Aber, Robert Habeck ist ja nicht nur Wirtschaftsminister. Nein, Robert Habeck ist ja auch Klimaminister. Denn seit der Amtsübernahme von Wirtschaftsminister Peter Altmaier 2021, im Dezember 2021, da wurde das Wirtschaftsministerium ja umbenannt in Wirtschafts- und Klimaministerium. Ja, und seit dem Amtsantritt von Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Zahl der Beamten alleine im Wirtschafts- und Klimaministerium um 54% zugenommen. 54%! Ja, einfach mehr Beamte, die da sich jetzt um irgendwelche Regularien kümmern und sonstiges Gedöns halt, was man halt so macht, wenn man Beamter im Klimaministerium ist. Jetzt aber. Also wirklich jetzt aber. Also knapp 11 Monate vor der nächsten Bundestagswahl. Jetzt soll es aber endlich klappen. Dementsprechend, wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe, jetzt soll der Deutschlandfonds den Wirtschaftsstandort Deutschland retten. Und wie ihr hier sehen könnt, ja, alle Grünen, wie zum Beispiel die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge, ne, im Chor, ja, Habeck, mach's nochmal. Diesmal vielleicht richtig, aber ja, Habeck, mach es nochmal, ne. Alle Grünen stehen jetzt, oder die restlichen Grünen, die grüne Jugend ist ja weg, aber alle restlichen Grünen, die Robert Habeck jetzt um sich herum versammeln konnte, die stehen natürlich wie ein Mann hinter dem Wirtschaftsminister. Denn für jemanden, der in Deutschland Bundeskanzler werden möchte und jetzt zur Zeit das Amt des Wirtschaftsministers ausübt und alle Leute, die ein bisschen wirtschaftliche, ja, sagen wir mal, Expertise haben, sehen, oh, ja, das mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland, das ist ja auch nicht so gut, ne. Also, das ist ja nicht nur so, dass der gerade abschmiert, der wird ja regelrecht abgewickelt hier in Deutschland unter der Ägide eines grünen Wirtschaftsministers. Ja, da stehen die Chancen nicht besonders gut. Und genau das ist auch das, was der Arbeitgeberpräsident jetzt auf dem Arbeitgebertag, Robert Habeck, unverblümt direkt ins Gesicht sagte. Robert Habeck beim Arbeitgebertag, dem Wirtschaftsminister, muss es in den Ohren geklingelt haben. So hart ging der BDA-Präsident mit der Ampel ins Gericht. Die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit steigt. Der Standort Deutschland hat für Investoren an Attraktivität verloren. Gleichzeitig nehmen Regulierung und Bürokratie zu. Unsere Unternehmen sind noch wettbewerbsfähig, auch weil sie stark im Ausland investiert haben. Aber der Standort Deutschland ist es nicht mehr. Das heißt, die Zahlen sind alles andere als zufriedenstellend. Also soll halt neues Geld in die Hand genommen werden, wie ich es bereits am Anfang des Videos sagte. Mithilfe eines Sondervermögens soll ein sogenannter Deutschlandfonds aufgestellt werden. Ja, und auf Grundlage dieses Sondervermögens würde dann dementsprechend auch die im Grundgesetz definierte Schuldenbremse hier überhaupt nicht greifen. Weil das ist ja ein Sondervermögen. Das sind ja keine Schulden, das ist ja ein Sondervermögen und das ist ja außerhalb des Bundeshaushaltes. Ja, und was den Inhalt dieses Deutschlandfonds anbelangt, euch den jetzt hier darzulegen, das wäre ehrlich gesagt komplett verschwendete Lebenszeit. Denn am Ende ist es eigentlich sowieso nur großartiges Blabla, was da gerade wieder an den Start gebracht wird. Aber hier auf X gibt es auch einen guten Zusammenschnitt der entsprechenden Pressekonferenz von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und die ist nun wirklich kurz. Also das ist keine verschwendete Lebenszeit und daher würde ich euch die auch gerne nochmal hier einspielen. Und vor allen Dingen achtet halt einmal auf den letzten Satz. Ja, moin, sehr geehrte Damen und Herren. Die Welt hat sich komplett geändert. Wir haben diesen Angriff von Putin mit einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung abgewehrt. Die Bundesregierung hat den Schalter umgelegt. So viel geschafft wurde, es reicht nicht. Wir müssen uns nur selber glauben. Das kostet Geld. Das ist mir wohl bekannt. Dann wird investiert, dann wächst die Wirtschaft, dann steigen die Steuereinnahmen und der Staat hat wieder Einnahmen. Und wenn es alle ist, dann überlegen wir, was wir daraus gelernt haben. Das ist mein Beitrag dazu. Vielen Dank. Und mein Fazit bei der ganzen Geschichte, auch wenn es, wie gesagt, die Grünen und die Habeck-Jünger jetzt überhaupt nicht hören wollen, aber Wirtschaftsminister Robert Habeck hat in den letzten drei Jahren seit seinem Amtsantritt für den Wirtschaftsstandort Deutschland nichts Substantielles geschaffen. Nichts. Absolut überhaupt nichts. Das Einzige, wofür dieser Mann gesorgt hat, ist, dass das Kapital ins Ausland verlagert wurde, dass Atomkraftwerke bzw. die Meiler gesprengt worden sind, dass wir extrem hohe Strompreise hier haben, dass die Gaspreise explodieren und so weiter und so weiter. Und natürlich haben immer wieder grundsätzlich bei den Grünen alle anderen Schuld, aber nie irgendwie an die eigene Nase fassen. Bloß nicht. Bloß nicht. Ja, und genau dieser Mann möchte jetzt halt Bundeskanzler werden. Und das Gegenargument der Grünen und der Linken und so weiter ist ja, ja, aber Moment mal, Deutschland ist ja immer noch unter den Top 3 aller Industrienationen und so weiter. Ja, meine Lieben, das liegt ja auch daran, ja, unter anderem, dass vor allem diese Unternehmen hier in Deutschland nicht in Deutschland den Umsatz und den Gewinn erwirtschaften, sondern im Ausland. Deswegen ist der DAX auch so hoch, weil diese Unternehmen im Ausland ihre Gewinne machen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland, der wird gerade abgewickelt und zwar vollends. Und dieser Deutschlandfonds, den Robert Habeck jetzt hier mit Hilfe von Sondervermögen halt erschaffen möchte und der hier in Deutschland an den Start gehen soll, ja, der hilft nicht etwa Deutschland oder dem Wirtschaftsstandort Deutschland oder den Unternehmen hier in Deutschland in keinster Art und Weise. Der Einzige, der von diesem Deutschlandfonds profitiert und profitieren will, ist Wirtschaftsminister Robert Habeck selbst. Denn, wenn man das alles mal ein bisschen weiterspinnt, ist das einzig und allein eine Wahlkampfhilfe für die Grünen für das Jahr 2025. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Heute um zwölf bin ich wieder live bei Twitch, YouTube, DLive, ihr kennt. Und was ihr auch kennt ist, dass ich im Übrigen der Meinung bin, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.